Musik Wie oft war es jetzt schon bei dieser Veranstaltung? Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich war schon mindestens viermal auf der Best. Einfach, weil es mich interessiert, ob es irgendetwas Neues gibt oder ob es etwas gibt, was sich mehr interessiert, als das, was ich schon mache. Ich informiere mich halt ein bisschen. Das ist das erste Mal, wir sind hier mit einem Kurs vom AMS. Wir machen, ja, BEP halt. Hauptschulabschlusskurs machen wir nach. Musik Ich finde es gut, dass es einfach viele Bereiche abdeckt, von Sprachen bis Naturwissenschaften. Auf der anderen Seite werden oft nicht alle Fragen, die man hat, beantwortet. Es ist gut alles. Die wollen ja uns helfen. Was soll da negativ sein? Vor allem die Auswahl. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Bereiche und es gibt auch für jeden Bereich verschiedene Möglichkeiten. Also wirklich für jeden Beruf war es dabei. Also ich fühle mich gut informiert. Es sind immer Leute da, die einem alles vor zehn, wenn man Fragen hat. Also ich finde es wirklich super. Donnerstag und Freitag ist ziemlich viel los. Und am Wochenende eher weniger. Also am Wochenende ist es zu empfehlen, herzukommen. Gerade die interessanten Stellen sind meistens besetzt. Also ich werde mir hauptsächlich den Bereich für die Naturwissenschaften ansehen. Einfach aufgrund meines Studiums. Und dann werde ich dort mal schauen, was sich so ergibt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.